Hallo Freunde, ich hab mal los heute über die Schwerkschen zu spielen und ihr wisst ja, ich möchte mit diesen Liedern euch Mut machen, egal wie alt ihr seid, ein Instrument zu lernen und ihr seht an mir, wie schnell das geht, wenn man möchte, nach eineinhalb Jahren spiele ich also schon ein recht großes Repertoire und hört einfach mal und wenn ihr Lust habt, euch bei mir zu melden, hier unterhalb steht dann die Adresse und ich melde mich gerne bei euch, wenn ihr mit mir mitspielen oder singen wollt. Ich sing ohne Mikro, ich hab leider keins, es geht auch nicht um den Gesang, es geht um die Musik. Ich sing ohne Mikro, ich hab leider keins, es geht auch nicht um den Gesang, es geht auch nicht um den Gesang, Ich sing ohne Mikro, ich hab leider keins, es geht auch nicht um den Gesang, es geht auch nicht um den Gesang Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020